Das könnte eine Prüfungsaufgabe sein. 132. Und ich meine allerdings müsste das glaube ich 133 sein, aber ich bin nicht ganz sicher. Ist auch egal, ich werde es dann später ändern. Wir lesen. Wir lesen und du kennst mein Kopfkino schon. Ich mache dann immer eine Skizze. Du weißt, gegeben und gesucht sieht bei mir immer so aus. Versuche eine Skizze zu malen. Ja, von mir aus. Aber wie? Okay. Also eine nicht abgewickelte Kabeltrommel. Ja, mein Gott, nochmal eine nicht abgewickelte Kabeltrommel. Was weiß ich? Die sieht irgendwie so aus, oder? So, dann weißt du hier vorne, da gehst du nachher mit deiner Steckdose da rein, mit deinem Stecker, weißt du? So. Und irgendwo hast du dann hier, irgendwie muss ja dann hier auch das Kabel mal für den Hauptschalter sein. Weißt du? So ist mein Kopfkino, oder? Und jetzt weiß ich, dass du hier dran, also eine nicht abgewickelte Kabeltrommel mit einem Widerstand, okay, das Ding hier, weiß ich, hat einen Widerstand. Und dann schließt du hier dran an, mal das doch anders, an einem kurzen Kabel zum Beispiel, verstehst du? An einem kurzen Kabel schließt du dann hier deinen eigentlichen Verbraucher an. Ja, was weiß ich, von mir aus deine Heizspindel, ein Heizofen. Keine Ahnung, wie soll ich den malen? Mal ich so? Und dann geht das Ding hier ja irgendwie da oben wieder auf die andere Ader zurück. So sieht es doch in etwa aus. Okay, das habe ich verstanden. Kannst du bitte mal aus diesem blöden Bild irgendwie mal was Vernünftiges malen? Ja, das kann ich machen. Da es sich hier um Wechselstrom handelt, und zwar nur Verbraucher handelt, ist das ein ohmscher Widerstand. Es ist kein Cosinus Phi dabei. Ja? Ja?